Hot oder Schrott? Es könnte ein Handtuch sein. Gott ist das toll. Aufbauen, ausprobieren, bewerten. Wie ein Zirkuspferd auf der Rennbahn, oder? Hat schon irgendjemand gelacht, oder was? Nein! Die sind doch am brennenden Zombie vorbeigelaufen. Ist mein Produkt des Jahres. Oh Gott. Ach du meine Güte. Klasse. Hot oder Schrott. Dienstag 20 auf 15.